Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich will mal gucken, wie so der Gegner hier eigentlich angreift, mit welchen Strategien man denn eigentlich hier in Clash of Clans spielt, beziehungsweise was für Strategie sollte man eigentlich können, also so ein Must-Have sollte man auf jeden Fall spielen können oder ein Nice-to-have natürlich, wenn man dann so ein bisschen, man muss gar nicht erfahrender sein, sondern der eine oder andere kann nur oder so wie ich auch sehr, sehr lange in den Bereichen, gerade Rathaus 10, 11, 12, 13, fast nur ausschließlich mit Bodentruppen angegriffen habe, also meistens mit Hybrid oder mit irgendwas anderem. Aber es gibt natürlich noch andere Strategien, gerade die leichten Strategien oder die etwas schwereren Strategien, je nachdem wie man es sieht, sind natürlich hier eben, ja es ist eigentlich ein Hit-Up, glaube ich, beziehungsweise es ist kein Hit-Up, sondern es ist ein Dip des Gegners. Wir müssen hier die ganze Woche Hit-Up'en im Clan Totus Bande, da muss man sich natürlich auch überlegen, was für Strategien fahre ich da eigentlich im Hit-Up-Bereich. Ich denke mal so im Gegenüber-Bereich, gerade wenn es um die Rathausstufen 15 und 16 geht, nimmt man sehr, sehr häufig eine Blimp oder man nimmt Rootrider oder man nimmt halt Superminer etc. Die ganz großen Truppen hast du hier natürlich in diesen Bereichen nicht. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig zu sagen, das solltest du mindestens können. Und aber, oder das solltest du wenigstens können. Ich frage mich eigentlich, warum das hier nicht so wurde, muss ich sagen. Okay, oh, ich habe einen Superdrachen in der Clanburg. Okay, das habe ich gar nicht angefordert. Aber letztendlich ist natürlich eine gute Strategie hier, die Clanburgen mit Superdrachen zu befüllen, wenn sowieso mit Drachen angegriffen wird. Weil die natürlich jetzt nicht so Monsterschaden machen. Und der Superdrache, denke ich mal, in der Verteidigung doch gar nicht mal so schlecht ist. Okay, habe ich ein bisschen verbeilt. Wir werden den Clanburg trotzdem verlieren. Hier gegen die Sternstunde Haier. Sternstunde Haier deutet auf einen deutschen Clan. Die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir haben, glaube ich, in allen Ligen mittlerweile oder in dieser Liga, in der Aarhus-Liga, deutsche Clans, gegen die wir anspielen müssen. Aber ich hatte schon gesagt, wir müssen hier in allen Bereichen hit upen. Ihr seht, dass ich mit einigen Accounts auch noch nicht angegriffen habe. Aber der Gegner uns ziemlich überrennt. Was hier in diesem Clan nicht so schlimm ist. Wir halten uns trotzdem noch ganz gut, denke ich mal, auf. Hier, wir sind Sechster. Und ist auf jeden Fall Luft nach unten. Und natürlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also den einen oder anderen Stern werden wir sicherlich auch noch holen. Aber das werden wir hier nicht mehr ganz aufholen, denke ich mal. Wir haben schon zwei Zweier, drei Zweier. Ja, aber hier oben, wie gesagt, da wird es auch nicht einfacher. Hier muss halt immer ein bisschen was angehoben werden, beziehungsweise ein bisschen was nicht gedippt werden, sondern hier muss im Hit-Up-Bereich halt was passieren und Ratus Level 14 sogar mit Trank hier auch nicht schlecht. Ja, klar, kann man natürlich machen. Tränke nutzen für solche Geschichten ist natürlich auch nicht schlecht, da du dann wenigstens deine Truppen auf Max Level hast. Also nicht nur die Truppen, sondern auch die Helden. Und kannst dann vielleicht nochmal deine Strategie, die du herfährst. Hier haben wir eine Strategie mit Luft, die nehme ich im Moment ja auch sehr, sehr gerne. Allerdings habe ich auch mal wieder hier im Hit-Up-Bereich was mit Hox gemacht, was auch nicht so schlecht ist. Also lose hier. Was auch nicht so schlecht ist. Aber manchmal passen mir die Basis nicht für eine Luftstrategie, die aber immer, gerade mit einer Blimp, ich spreche immer von Hit-Up-Bereich, immer gut für zwei Sterne ist, manchmal sogar auch für drei Sterne gut ist. Und ihr seht das aber hier, dass hier schon mal ein paar Prozente auch außen gerissen werden können. 21 sind es jetzt schon. Und ein Stern. Und dann ist es auch nicht ganz so schwer, sich den zweiten Stern irgendwie rauszukitzeln. Mal gucken, wie der Ramses das gemacht hat hier. Klamburg ist natürlich sehr ungemütlich hier mit zwei Ice-Golems und Lohns. Wobei der Lohn doch schon wehtut, wenn er da dauernd die Sachen hier auf den King fallen lässt. Er macht schon ein bisschen Schaden, aber jetzt nicht so viel wie fünf, sechs Lohns. Und ist natürlich sehr nervig mit den Ice-Golems. Aber nochmal ganz, ganz gut gerettet hier. Jack ist jetzt leider schon, ja, der Jack sollte bestimmt durch die Mauern gehen. Aber er hat auch noch Mauerbrecher dabei, drei Stück. Okay. Und noch ein Ice-Golem. Mal sehen, von welcher Flanke die denn kommen. Und das kommt natürlich auch noch wieder, gerade in diesen Bereichen hier. Die haben alle schon Scatter. Ja, die haben alle schon Scatter-Shots. Und wenn du dann mit elf und zwölf dann natürlich gegen musst, scheiterst du sehr, sehr häufig genau. Leider da dran. Aber mal gucken. Hat er den Ice-Golem, hat er ja schon gespielt gehabt. Okay. Aber ein Scatter bekommt er auch noch. Sehr, sehr schön. Auch auf die Ausrüstung kommt es natürlich an. Also viele, viele Faktoren sprechen natürlich eine ganz andere Sprache. Je nachdem, was du für eine Strategie hier verfolgst, beziehungsweise spielen möchtest. Ich tue mich auch immer sehr, sehr schwer hier gegen Multi-Infernus, muss ich sagen. Und dann natürlich auch noch gegen Feger. Und es ist auch noch ein Unsichtbarkeitstum da. Okay. Der macht den Adler jetzt eben auch unsichtbar. Was jetzt nicht so schlimm ist. Beschießen tut er übrigens trotzdem noch. Aber er wird jetzt erstmal nicht angegangen von der Verteidigung. Und sehr ärgerlich ist natürlich oben der Feger. Wo kommt er denn eigentlich mit dem Rollchampion hier rein? Ah, der Rollchampion ist schon mit im Feld. Und mal gucken, welche Zündung er jetzt drauf hat. Ah, da erwischt er den Feger auch nicht. Okay. Also sind wir ehrlich. Mit weggemachten Feger, jetzt fährt er eh in Timefale. Hätten das vielleicht mehr Sterne werden können. Wenn nicht sogar drei. Aber ich denke doch, guter Angriff. Wie gesagt, wir müssen hier die ganze Zeit hit up. Mit dem unteren Bereich ist es nochmal ein bisschen einfacher. Da kann man dann solche Strategien fahren wie Lalo. Wie ein Lalo. Wie der Nachtschatten das hier gemacht hat. Also blimp vorweg. Ein paar Loons, okay, ob die jetzt hinterher darauf kommen, das erspart einen etwas an Zeit hier. Und ihr seht, die Defensive ist jetzt auch noch nicht so gut. Das heißt also, der Kollege ist ein bisschen gerusht. Aber Offense geht oftmals vor Defense. Das heißt also, man baut seine Defense eher spärlich aus. Das heißt halt, die Key Defense ist, ist natürlich hoch. Die Luftabwehren sind hier stark. Und auch der Adler ist, denke ich mal, auch gelevelt. Aber der Rest ist halt sehr, sehr mau. Und deswegen denke ich mal, ist das auch eine recht einfache Kiste hier. Bringt hier jetzt sogar schon die Loons mit rein. Aber viel steht jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen. Viel steht jetzt auch nicht mehr. Der Hund geht trotzdem auf, ja, das müsste der Single Inferno, ah, der Single hat es doch nicht geschafft, okay. Also kann der Hund zum nächsten Single Inferno weiterfliegen und auch gleich eine Luftbombe mitnehmen. Da geht er auf die Luftabwehr. Und die Pappis helfen natürlich nochmal, die kleinen Lavapapps helfen natürlich nochmal, ein bisschen schon, ja, ich sag mal, vorweggenommenes Clean abzumachen. Also schöner Angriff hier von Nachtschatten. Ich habe jetzt noch mehrere Angriffe offen. Ich habe auch einen jetzt schon gemacht. Tatsächlich mal wieder mit Hybrid, weil ich kann auch nicht so viele Strategien. Aber das sind genau die Strategien, die einem echt super helfen. Ein Hybrid oder aber hier so ein Sui Lalo mit, also nicht ganz so Sui, sondern er hat natürlich hier auch ein Eiskolem immer mit dabei. Also er macht das nicht ganz, ganz nur mit Helden. Dann hätte man natürlich nochmal drei Loons oder man lässt vielleicht zwei Loons weg und nimmt noch einen zusätzlichen Hund mit. Ist aber immer schwierig und kommt auch immer letztendlich auf die Bases an. Aber ihr seht ja gerade bei solchen Bases hier schaffst du natürlich schon unheimlich viel mit dem Blimp-Part. Aber wie gesagt, das sind auch Strategien, die kann man spielen, muss man aber nicht. Aber es ist, finde ich, ist schon so eine Strategie, die man eigentlich schon vorweggefahren hat im Rathaus 9-Bereich, Rathaus 10-Bereich. Je nachdem, wie man da unterwegs war. Ja, klar, bei den kleineren Rathäusern hast du natürlich viel auch mit dem Go-Hawk gespielt oder ein Go-Viva, also mit Go-Viva-Witches, ja, mit Hexen. Oder manchmal sogar noch mit Pekka, also gerade Rathaus Level 9 und 10. Damit kannst du dann auch ein bisschen mitmachen. Aber in den höheren Bereichen geht das auch, keine Frage. Aber das sind jetzt nicht so die Drei-Sterne-Strategien, würde ich sagen, für solche Sachen hier. Und hier ist, eigentlich ist mir hier was Blödes passiert. Vielleicht war es aber auch nur gut. Also auch hier so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen gerusht. Aber es ist schon ein Dreizehner. Ich bin halt nur ein Zwölber und der hat schon Scattershot, sage ich immer. Und hat natürlich hinten auch einen Adler stehen, der auch ziemlich ausgebaut ist. Also Key Defense, so nenne ich sie ja immer ganz gerne, ist auf jeden Fall on top. Die restliche Defense jetzt nicht. Da muss man natürlich abwägen, mit welcher Strategie komme ich hier jetzt. Luftabwehren sind Max, denke ich mal, auf dem Bereich oder so ziemlich. Wir tun mal so, als wären die Max. Und deswegen wollte ich hier nicht unbedingt mit einer Blimp rein, weil ich dann am Ende immer ein bisschen Muffe habe, dass das Rathaus nicht kriege. Und die Queen läuft mir ja auch ein bisschen davon, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich habe auch noch einen King, aber ich habe halt keine Gladiatoren, die nochmal so das letzte Prozent hier rauskitzeln könnte. Und die Queen geht mir natürlich nach unten so ein bisschen ab. Ist aber nicht so schlimm. Wir holen uns die Klanburg. Multi-Inferno tat mir auch nicht so weh. Musste aber jetzt irgendwann auch mal meinen King wegspielen, weil mir die Zeit natürlich ein bisschen davon lief. Und gerade bei den Ice Golems ist das letztendlich ein Zeitproblem. Wann bringe ich meine nächsten Truppen raus? Gerade hier mit Heiler muss ich ein bisschen aufpassen, dass die mir nicht abhanden kommen. Wenn ich den King zu früh spiele und bin in der Heil-Aura und plötzlich kriegt mein King Schaden und meine Heiler fliegen dann durchs halbe Feld. Deswegen ruhig ein bisschen länger warten, bis man wirklich sicher ist, okay, jetzt kann ich den King spielen. Der kriegt ja jetzt ein bisschen Schaden. Aber die Heiler bleiben halt auf meiner Queen. Und das, was ich allerdings fälschlicherweise jetzt mache, ist, dass ich jetzt hier gleich trotzdem meine Miner mit reinspiele, weil ich gedacht habe, Mist, der King schafft das doch nicht, das Rathaus. Schafft er aber. Aber letztendlich wollte ich eigentlich hier unten weiterspielen, da wo jetzt auch die Kaserne rauskommt. Und habe dann hier oben alle Miner gesetzt. Das heißt, die kommen jetzt alle von hier oben rein, aus dem Bereich hier zwischen 12 und 3 Uhr. Was jetzt nicht so schlimm war, allerdings gerade der Scatter, weißt du, der Scatter-Shop macht halt immer unheimlich viel kaputt. Und die Truppen ziehen jetzt natürlich ein bisschen nach außen. Meine Queen rafft es jetzt auch dahin, hier unten. Jetzt ballert natürlich die ganze Zeit der Adler. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich die Miner wirklich nicht gut ausgespielt habe. Also an dieser Strategie müsste ich auch selber noch wieder ein bisschen üben, dass ich die, ich wollte die eigentlich hier unten losspielen, dass sie hier unten die Range nehmen, also erstmal Richtung Adler und dann erst den Rest des Feldes aufräumen. Aber so hat es auch funktioniert, denn die Miner sind in dem Bereich, ich will nicht sagen unschlagbar, aber ihr seht jetzt hier die Heiler. Die fliegen natürlich völlig in ihr Verderben rein. Heilen aber noch ein bisschen. Also so ganz sind sie ja noch nicht weg. Der Single-Entferner muss halt auch immer wieder aufladen. Das habe ich natürlich absolut mit einberechnet, dass das so geschehen wird. Also ich habe diesen ganzen Kampf natürlich komplett von vorne bis hinten durchgeplant gehabt und wusste genau, das machen meine Miner und das machen meiner nicht. Das wusste ich in dieser Strategie aber noch nicht. Letztendlich bin ich gerade so mit der Zeit hingekommen, also war schon ein ziemlich enges Ding. Dennoch, glaube ich, holen wir nicht mehr ganz, ganz so viele Sternchen. Aber diese Strategie hier, finde ich, sollte man auch so ein bisschen können, gerade, ja okay, Queen Charge oder Queen Walks sind nicht jedermanns Sache. Das wäre jetzt so ein halber Charge und danach wurde es ein Walk, weil ich wollte sie eigentlich ganz woanders hinchargen. Ist mir aber nicht gelungen. Aber letztendlich ist es ja egal. Am Ende sind es drei Sterne geworden und das ist das Wichtige. Oder aber die guten zwei Sterne. Einen Einsterne habe ich diese Woche, glaube ich, auch schon irgendwo hingelegt gehabt. Gerade hier ist das sehr, sehr schwer, weil wir hier wirklich mal wieder nur eine komplette Hit-Up-Woche haben beim Clan Totus Bande. Und wir haben sowieso ja so ein bisschen Liga-Chaos hier verbreitet. Also ich habe ein bisschen Liga-Chaos verbreitet, weil hier sollte eigentlich eine Dreißiger gespielt werden. Und wir haben aber ein bisschen zu früh gestartet, bevor alle dann hier waren, zum Wechseln. Und jetzt wurden dann trotzdem wieder alle mitgenommen. Das heißt, wir konnten mit denen dann auch keine Liga mehr woanders spielen. Aber wir können natürlich CKs noch woanders spielen. Ich glaube, ab heute spielen wir auch irgendwo noch ein CK woanders. Für die, die wenigstens dann noch ein paar Ärzte mitnehmen aus den normalen CKs und nicht dann hier aus der Liga. Hier bei den ganzen Strategien ist es natürlich auch schwer. Hier kannst du in der Liga, du musst ja eine Strategie fahren, weil außer du fährst in eine Nullnummer drauf, dass du hier nicht vorab irgendwie die Nado finden kannst. Du weißt nicht, wo die Tesla stehen. Du weißt nicht, wo die Fallen sind, weil du auch nur einen Angriff hast. Und wenn der dann einstellen wird, dann lassen wir die Base in der Regel in Ruhe. Wenn das eine Nullnummer wird, können wir natürlich alle einen runtergehen, die die zumindest noch nicht angegriffen haben, damit es ein bisschen einfacher wird. Aber so, glaube ich, ist das immer eine ganz gute Sache. Und diesen hier werde ich auf jeden Fall auch mit dem Lalo legen. Aber ich wollte das auch sehr, sehr spät machen, weil die Zwölfere, alle die ich habe, die kann ich natürlich ab und zu mal eine Flasche nehmen, also so eine Pulle, dass sie wenigstens Max Helden haben. Die Truppen habe ich eigentlich in der Regel in meinen Strategien auf dem Level, wo ich sie haben möchte. Also auf dem Max-Level des jeweiligen Rathauses. Das sollte man natürlich auch immer mit berücksichtigen, dass man nicht Strategien spielt, von denen man die Truppen überhaupt nicht so gut gelevelt hat oder gar nicht gelevelt hat oder fast gar nicht gelevelt hat. Sondern die Truppen, die ich jetzt im Lalo spiele und die Truppen, die ich im Hybrid spiele, die habe ich natürlich auch gelevelt. Und deswegen ist es manchmal sinnvoll, dass man vielleicht auch einen Trank nimmt, um wirklich das Maximale rauszuholen. Auch wenn man weiß, dass man, ich nenne es mal so, verliert. Aber jeder Stern zählt am Ende. Und so werden wir hier die Liga in jedem Fall halten. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Gegen die Truppe hier der Sternstunde Haier werden wir natürlich verlieren. Aber es ist nicht so schlimm. Die haben halt auf Offense gesetzt und nicht mehr auf die Defense. Ihr habt das gesehen. Die Rathäuser sind von unten nach oben hin. Ich will mal sagen, so ein bisschen durchgerusht, auch im oberen Bereich. Ja, das ist durchaus ein 15er, den ich als 13er hier legen kann. Aber Key Defense ist halt hoch. Ja, Key Defense ist hoch. Key Defense, Monolith, der Adler und auch die Scattershot. Der Rest ist halt Semi. Das ist alles so ein bisschen noch bunter Truppenmix hier. Die sind sicherlich auch auf einem guten Weg. Also so einfach ist es denn auch nicht, so eine Base dann zu schlagen. Aber zwei Sterne sollten drin sein. Auch der Giftturm hier stört mich nicht wirklich hier in der Mitte. Obwohl der schon eine große Range hat, sehe ich jetzt gerade auf der Climb. Ja, hat der echt so eine große Range? Ich habe doch das Rathaus angeklickt, oder? Hat der echt so eine große Range? Lass mal gerade gucken. Neun Felder, Donnerwetter. Neun Felder ist doch ziemlich viel, ne? Ist vielleicht doch nichts für eine Blimp, wa? Hä? Oder der darf halt nicht auslösen, ne? Da muss ich mir jetzt Gedanken machen. Hat der hier vielleicht ein Loch in der Base, das ich ganz kurz fliegen kann? Viele haben hier so eine Statue drin und oftmals ist da irgendwo ein Loch in der Base, wo man was absetzen kann. Ist hier aber nicht der Fall. Ich plane, vielleicht plane ich doch einen Hybridangriff auf die Base hier oder so. Muss ich mal gucken. Hier hinten steht der Wutturm. Aber Monolith muss irgendwie fallen und Adler geht natürlich nicht, weil in verschiedene Felder. Also man muss immer sehen, welche Strategie nehme ich in welcher Base und wie viele Strategien kann ich eigentlich spielen? Ja, außer, sage ich jetzt, den Lalo und außer den Hybrid kann ich tatsächlich auch gar nicht so viele tolle Sachen spielen. Ich kann nicht sehr gut mit Hexen beziehungsweise mit Superhexen und einem Wardenwalk zum Beispiel, wo der Feuerball natürlich sehr, sehr gut wäre, aber den habe ich nirgendwo gelevelt, außer auf meinen hohen Account und da spiele ich den auch noch nicht. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig. Aber alles kann man auch nicht können. Man kann jetzt nicht alles können. Das muss man auch nicht in dem Spiel. Und gerade wenn man casual aufgestellt ist, wie wir das in jedem Fall sind, reicht es, glaube ich, dass wir zumindest alle Angriffe machen, das Beste am Ende geben und unsere Strategien vielleicht dann auch mal austauschen. Nach dem Motto, kannst du mir mal die Armee geben? Ich will mal ein bisschen üben oder so. Muss ja mal funktionieren. Und gerade mit der Tauschfunktion hier geht es ja wunderbar. Das heißt also, ich kann ja auch meine Armee hier mal für ein Lalo teilen. Das konnte man, glaube ich, hier irgendwo machen in der Schnellausbildung. Da konnte man das Ganze kopieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Sui Lalo nehme, den habe ich da unten ja. Den würde ich aber ganz gerne anpassen, weil den einen, den brauche ich denn doch nicht und würde vielleicht dann eher noch einen Supermauerbrecher hier mitnehmen, den ich aber im Moment gar nicht habe. Stelle ich gerade so fest. Okay, ich habe nur nicht genug Platz. Okay, was können wir da weglassen? Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich noch einen da mit reinnehmen. Zwei, 80, eins. So könnte es passen. Und wenn ich das jetzt speichere, dann kann ich das natürlich super hier einmal kopieren oder im Clan-Chat teilen. Und dann kann sich jemand anders das einfach reinkopieren in seine Dinger und kann die Strategie dann üben. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Also erstmal wieder ein bisschen reinkommen in die Woche hier, in die Clash of Clans Woche. Die Liga ist ja schon auf gut der Hälfte. Also wir haben schon wieder so ein bisschen Break. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir in den Clans hier hoffentlich alles halten. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, twitch.tv-toto-clash. Wir werden auf jeden Fall montags, mittwochs, freitags wieder streamen. Sofern nichts dazwischen oder daneben kommt. Aber ich denke mal, das wird funktionieren. Es ist auch nicht mehr ganz so warm, obwohl es wieder warm werden wird. Aber abends kühlt es dann ja doch wieder ein bisschen mehr. Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da ab und den nicht vergessen am Kanal dranbleiben. Dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Und vielen lieben Dank auch vor allen Dingen für den tollen Support hier auf YouTube. Ich freue mich natürlich über jeden, der hier neu reinkommt und der mir einen Kommentar für den Algo schreibt. Nicht für den Alge, sondern für den Algo. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Toto. Clashed. ? Ja. Okay. Da? Ja. Da? Bis zum nächsten Mal.